so tag 3 geht jetzt auch langsam zu ende wir sind hier in einem wunderschönen amerikanisch angehauchten restaurant gelandet auf der karte steht trotzdem hauptsächlich thai wie eigentlich fast überall hier aber noch können wir es sehen und noch schmeckt uns sehr gut ja wir sind heute morgen super früh aufgestanden weil heute morgen gegen unser flieger von bangkok nach phuket und da sind wir jetzt auch gerade und ja wir waren heute schon ganz viel in phuket unterwegs heute mittag waren wir auch schon essen natürlich auch wieder thailändisch und wie war das ja es gab ein sehr sehr scharfes thai curry das wir bisher hier wirklich gegessen haben und es war deutlich schärfer als das in bangkok ja dann waren wir weiter unterwegs hier in phuket und haben dann noch ein 3d museum gefunden da waren wir auch drin und das war auch ziemlich cool gewesen da waren ganz viele gemälde an der wand die wenn man da fotos gemacht hat so einen gewissen 3d effekt quasi hervor und ja da zeigen wir euch jetzt gerne ein paar bilder die 4 3 und wir 5 5 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.